Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu dem Spiel Fabledo. Ich habe es jetzt schon länger auf meine Wunschliste gehabt und habe mir gedacht, komm, jetzt machen wir es doch mal zusammen. Ich habe noch nicht reingeschaut, das machen wir natürlich wieder gemeinsam. Wir müssen mal gucken, wie es mit der Lautstärke ist, weil es sich bis jetzt sehr leise anhört. Aber wir gucken mal, wir starten mal ein neues Spiel. Wir haben wohl auch einen Sprecher dabei, der ist aber glaube ich auf Englisch. Ah, es ist eine Geschichte, die du willst. Neue Karte wird gesucht. Okay, wählt euer Reich. Bevor eure Geschichte beginnen kann, müsst ihr wählen, in welchem Reich sie stattfinden soll. Klicke auf ein beliebiges Reich auf der Karte, um seine Eigenschaften zu erfahren. Klicke auf Würfel, um eine neue Karte zu generieren oder gebt oben links am Bildschirmrand einen eigenen Seed an. Okay. So, ihr könnt das jetzt oben sehen. Ja, noch. Okay. Eben, ihr Kunde. Ne, wir wollen natürlich alles freischalten. Reichsgröße groß. Das sieht ja eigentlich schon mal gut aus. Normal und Dichtewälder sind, glaube ich, ganz gut. Da haben wir nämlich was zum Bauen. Ich glaube, darum geht es hier auch. Normal. Also bis jetzt gefällt mir das da am besten. Berge wenig, Wald normal. Ozean groß. Das ist ein kleines Land. Wälder dünn. Okay. Also, wir gehen entweder... Ich überlege gerade hier hin. Hier hin. Obwohl, das ist normal. Dann geben wir, nehmen wir das hier oben mal, okay? Also, ich bin eine Prinzessin. Hoheit. Können wir auch noch nehmen. Ich bin eine Prinzessin und suche... Prinz. Gib deinen Namen ein. Sanexa. Oh, voilà. Jetzt habe ich meine Namen falsch geschrieben. So, jetzt können wir hier unseren Wappen noch... Unser Wappen noch designen. Ich glaube, das finde ich schöner. Was haben wir denn hier für Muster? Kurz mal durchlunsen, was es hier alles so gibt. Oh, ich glaube, der Zauberstab gefällt mir ganz gut. Oh, das ist auch süß mit dem Frosch. Das erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter. Ne, da ist keine Spinnenmark. Fällt das hier schon mal raus? Ne, wo war denn das? Was habe ich denn vorhin... Was habe ich vorhin gut gefunden? Ein Zauberstab, glaube ich, gell? Ja. So. Der kann ja in Gold bleiben. Wir nehmen mal so eine hellere Farbe. Und... Und... Als Hintergrund... Was Rotes hätte ich gerne. Ja, ne, das Rosa, das gefällt mir jetzt nicht so. So. Das in Gold. Mal ganz kurz durchgucken. Ich glaube, das dürfte passen. Ich bin so ein Mensch. Ich kann mich immer nur so schlecht entscheiden. Und ich glaube, dann lassen wir es so. So bestätigen wir es. Ozean Mittel, Wald dicht. Das passt. Toril aktiviert. Starten. Gut, wir haben halt einen Erzähler. Da müssen wir gucken, wie viel der uns reinschwätzt oder auch nicht. Once upon a time, it goes. A story told of love and woes. When all the kings and queens of yore sent forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees. Fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess, you. Discover, conquer, daring do. Remember, friend, tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, tis an art. But don't neglect your spirit's heart. Through love or war these lands ignited shall ever after be united. Now go. Be kind, be cruel, be scrappy and make your ever after happy. So, starten wir rein. Reich wird vorbereitet. Kapitel 1 Ein Neuanfang Okay, wir haben hier erste Schritte. Bewege die Kamera mit W ASD. Zoome mit dem Mausrad rein und wieder raus. Jetzt drehe die Kamera, indem du die mittlere Maustaste gedrückt hättest. Verstehe. Beanspruch. Oh, yes. Our kingdom began with little more than a humble laborer's heart. Now, where did that go again? Let's see here. Ah, hier haben wir das Baumenü. Arbeiterhütte. Machen wir mal relativ nah. Hier hin. Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz benötigt Fabelänge, um zu funktionieren. Ihr könnt Fabelänge zuweisen, indem ihr auf einen verfügbaren Platz mit Plus oder auf Arbeiter verwalten klickt. Schotterstraße. Ah, hier können wir Straßen machen. So, was aber machen? Bauer. Fünf Schotterstraßen. Aber wohin denn? Weise einen Arbeiter zu. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal ihn. Arbeitslos. Auswillen, Folgen finden. Ah, hier braucht Plus. Beansprochen. Baut ein Gehöft. Ein Gehöft. Dies ist die erste Wohnungsstufe. Perfekt für die ländlichere Gegend. Hier wird ein Familienoberhaupt benötigt, damit alles glatt läuft. Gehöft. Einige Gebäude verfügen über Fundamente und Erweiterungen. Nachdem ihr das Gehöft platziert, haltet und zieht, um auch das Fundament zu platzieren. Erweiterung werden automatisch platziert. Diese Funktion kann aber auch direktiviert werden. Okay, wartet mal. Vielleicht. Wie kann man das drehen? Hier. Wo sind die Eingangstür da? So, an den Wald eher oder hier unten hin? Wir machen das mal ein bisschen weg von dem Tummelplatz. Kleines Gewächshaus. Ist es das, was wir da jetzt haben? Kleinen Hühnerstall. Pro Tag ein Hoferzeugnis. Das haben wir hier. Pro Tag ein Hoferzeugnis. Pro Tag ein Hoferzeugnis. Für den Mittelpunkt. Für den Mittelpunkt. Ach doch. Da machen wir jetzt hier noch so ein so ein kleines Gewächshaus, oder? Bauen. Jetzt haben wir dafür natürlich direkt ein Blatt gemacht. Einen Baum. Baut ein Gehöft. Gucken wir mal natürlich, ob wir das später nochmal schieben können. Ob das geht. Geist ein Familienoberhaupt zu. Wartet mal. Wir können das erst mal. Da wollte ich eigentlich keinen Weg haben. Naja gut. Guck mal, die bauen das richtig. Das kann man richtig sehen. Voll cool. Also ich glaube, ich habe meine Kamera ganz gut da oben. Weil viel verstecken tue ich da oben jetzt nicht. Gut, wenn man relativ große Gehöfte macht, hat man halt die Möglichkeit, da auch ein bisschen was hinten dran zu machen. Baut ein Brunnen. Schließt den Bau von zwei Gehöften ab. Dann machen wir den zweiten noch hier so dran. Das ist ein Hühnerstall, ne? Ja, komm. Ich glaube, das war der Hühnerstall. Ne, warte mal. Das haben wir schon. Außer im Winter, ne? Aber das steht ja überall dabei. Außer im Winter. Warte mal. Dann machen wir den hier hinten hin. Und müssen wir noch irgendwas machen. Attraktivitäts-mäßig. Ah, dann machen wir so eine Wäscheleine hin. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Bauen. So, wir brauchen einen Brunnen. Brunnen, die sind wahrscheinlich hier Versorgungsgebiet. Einige Gebäude wirken sich nur auf einem bestimmten Bereich aus, der durch die blaue Form angezeigt wird. Stelle sicher, dass sich die betroffenen Gebäude in diesem Bereich befinden. Kann ich das hier nochmal wegmachen? Zerstören. Ja. Erhaltung. Manche Gebäude sind auf Erhaltung angewiesen, um in einem guten Zustand zu bleiben. Über das Münzsymbol am oberen Bildschirmrand könnt ihr einsehen, wann die nächste Zahlung fähig ist. Die haben sich derselbe Familienoberhaupt einen Wohnsitz benötigt, ein Familienoberhaupt, um zu funktionieren. Indem ihr auf Haushalt verwalten klickt, könnt ihr ein Oberhaupt zuweisen. Wenn der Farbling dort wohnt, keine Arbeit hat, wird er automatisch zugewiesen. Ein Familienoberhaupt kümmert sich darum, dass die Lebensmittelvorräte des Hauses gefüllt und alle anderen Ressourcen die Fähblinge glücklich machen. Naja. Heiße neue Fähblinge. Oh, da kommt dann gleich jemand Neues. Wir brauchen Wasser, das ist klar. Aber das kriegen wir ja jetzt. Ah, finally! Hier kommen unsere ersten Newcomers. Da ist er zwei neue Willkommen. Ah ja. Die schwätzen jetzt hier richtig. Wie cool. Okay, was soll ich hier beanspruchen? Baut einen Bauernhof. Müssen wir nochmal gucken, wo der ist. Bauernhof hier. Stopp. Ähm, beschäftigt drei Landsmänner. Ne, ich will den ein bisschen... Was machen wir denn hier hin? Gemüse. Ist das egal was? Gemüse... Pflanze, 30 Gemüsepflanzen. 14 bis 16 Tage bis ausgewachsen. 14 bis 16 Tage. 14 bis 16 Tage. Gemüse. Ja gut, es ist überall dasselbe. Im Prinzip, was wir vielleicht jetzt am besten finden... Ach komm, machen wir mal Gemüse. Well, it looks like some newcomers will arrive soon. But there's no available housing. To see how many days are left until the next arrival, hover over the population icon at the top of your screen. Warum kannst du... Es muss mindestens eine Erweiterung platziert werden. Ah ja, hier. Landwirtschaft. Pflanze wachsen mit der Zeit langsam. Solange mindestens ein Bauern jedem Bauernhof zugewiesen ist. Alle Pflanzen werden eingehen, wenn der Winter eintritt. Ja okay. Warte mal, Wege. Das ist so süß gemacht. Also theoretisch können wir jetzt hier nochmal neue Häuser hinmachen. Gehöft, so. 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 Drei von fünf. Ah ne, man kann nur zwei machen. Okay. Das heißt, das haben wir schon. Bringt ein Erzeugnis. Machen wir jetzt mal eine Hundehütte hin. Und bauen dann gleich noch ein Haus daneben. Was machen wir weg? Oh no, I really like that building. So. Es muss immer irgendwas sein, womit man glücklich ist, aber auch eine Sache. Ja okay, passt. Pflanze 30 Gemüsesorten. Ah, hier müssen wir erstmal einen Bauer zuweisen. Wurde fertig gebaut. Da steht sechs von neun, ne? Landmänner. Arbeitslos sind gerade zwei. Hier ist es vorne und hinten offen. Okay. Ah, jetzt arbeitet sie. Kann man da auch zwei einstellen? Ach, das ist Pro. Ach du meine Güte, okay. Hier hilft, wo du fertig gebaut hast. Ja perfekt. Rundehütte macht Zufriedenheit. Also zwei neue willkommen. Tun wir doch mal. Sind das dann Kinder von denen oder wie funktioniert das? Pro Farm ist nur eine Pflanzenart erlaubt. Da können wir nochmal zwei dazu machen. Okay. Verdiene 200 Münzen mit Steuergeldern. Jeder Feibling mit einem Dach über dem Kopf muss Steuern zahlen über das Münzsymbol. Am oberen Bildschirm könnt ihr einsehen, wenn ihr nächste Zahlung eingeht. Familienhilfe, Erhaltung, Steuern, Einkommen. Wie verdient man Steuern? Einfach nur durch das dabei wohnen oder? Wie funktioniert das? Ah ja, hier haben wir nochmal so ein bisschen Dekokram. Holzfällerlager. Ach ja. Das habe ich halt gemeint, ne? Das ist halt der Vorteil. Machen wir das doch mal hier so irgendwie rein. Da. So, da haben wir sogar jetzt einen Weg hin. Das ist auch ein bisschen abgeschottet von den Leuten, dass das die nicht stört im Prinzip. Aber die sitzen, die tun die da nicht. Holzfällerlager wurde fertiggestellt. So, dann tun wir mal einen da rein. So, und jetzt ist keiner mehr arbeitslos, ne? Ne, jetzt sind sie alle beschäftigt. Ja gut. Ich denke mal die Bäume, die wachsen ja mit der Zeit irgendwann wieder nach, oder? Im Winter gehen dann die Sachen kaputt. Okay. Wie lange dauert das, bis die fertig gewachsen sind im Prinzip? Sieht man die auch hier irgendwo Arbeit? Ah ja, da, tatsächlich. Einkommen. 28 Münzen. Aber hier steht jetzt kein Tipp, wie man noch schneller welche verdient, oder? Können wir ja noch ein Höft dazu machen? Also ein Apfelding, sehr gerne. Toilette, hat jetzt einer eine Toilette? Ne. Dann machen wir die noch hier hin. Sehr gut. Aber ich denke mal, umso mehr Leute wir haben, desto besser ist es. Warum die so seitlich aussehen, weiß ich gar nicht. Die sehen anders aus, stimmt. Ja, das ist ja viel besser, wenn die unterschiedlich immer aussehen. Da sieht man, wie die arbeiten. Habe ich schon vielleicht zu kleines Feld gebaut? Sollen wir hier noch vielleicht was hinmachen? Meilensteinerreich. Ach, liebe Güte, so viele mutige Fäbelinge. Habe ich an ihr Leben unsere Hände gelegt, dass wir uns als Örtchen bezeichnen können. Von nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen in Höhe von 10 Münzen an die Familienkasse. Oh. Ihr habt 50 Münzen erhaltet. Ein Ort, an dem man nach getaner Arbeit entspannen kann, ist nur im Betrieb, wenn das Lager mit Lebensmitteln gefüllt ist. Steinlager, Kohlen kann zum Heizen der Häuser... Oh ja, Reidespeise, Förster. Ah, ja, verstehe. Wo transportiert die das dann hin? Ah, da sammelt sie es nur ein. Da unten ist unser nächstes Ziel. Steuern. Oh, ist ja schon hier oben ganz fleißig, sehe ich gerade. Halleluja. Holzverlager, Lagerstätte. Das ist unsere Lagerstätte. Ne, das ist unsere Arbeiterhütte. Lagerstätte. Bauernhof. War da nicht gerade was mit... Holzfilterlager, Kohlen. Verbesserte Attraktivität. Manche Gebäude haben einen positiven Effekt auf die Attraktivität. Ich würde eigentlich gerne hier oben raus... das Wendern bauen, dass hier dann noch so ein bisschen... die Häuser davon auch Einfluss haben. So, dann machen wir hier noch einen Weg hin. Da kann man vielleicht irgendwie Deko oder so hinmachen. So. Machen wir da noch einen Weg dazwischen. Ach, wir bauen das erstmal dahin. Dann machen wir das dahin, dann wird das gesammelt, verstehe. Ah, hier, Förster. Ja, das ist schon wichtig. Ah, hier, das muss als Add-on angebaut werden. Dann machen wir das dahin. Das neue Bäume gepflanzt werden, ja, genau. Okay. So, ich würde aber erstmal sagen, wir machen hier schon mal einen Cut für die Folge. Wenn ihr noch mehr von den Fabulum sehen wollt, dann schreibt es euch gerne mal in die Kommentare und lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020